Wow, ich überrasche mich echt immer wieder, denn ich habe es doch glatt geschafft, in der englischen Version 17 Minuten über die zwei In-Ears hier zu reden. Aber ich habe auch auf euch gehört, denn ich weiß nicht, jeder mag Over-Ears und die meisten Leute wollen eben Bluetooth und auch Noise Cancelling. Das ist zwar nicht ganz das, was ich heute hier habe, aber ich habe In-Ears, sie sind mit Bluetooth und sie sind dafür allerdings Noise Isolating, also Geräusch isolierend und nicht Cancelling. Das ist definitiv nicht das gleiche und in den Kommentaren fragt mich erst vor kurzem einer gerade über die Shure BT1, ob denn Noise Isolating mit Noise Cancelling vergleichbar wäre. Ich würde es jetzt mal so sagen, beide machen etwa das gleiche, aber auf eine komplett andere Art und Weise. Darauf werde ich allerdings später noch, wenn ich länger eingehen, jetzt kommen wir erstmal zu den beiden Kopfhörern. Das hier wären die Shure BT SE112, die kosten 99 Euro und das hier wären die 215, kosten dann 140 Euro. Funktionieren beide zwar im Prinzip gleich, haben aber eben allerdings verschiedene Arten, wie man sie denn trägt. Was allerdings beide gemeinsam haben, ist diese Tragetasche, auch mit dem Karabiner hier. Bei den SE112 bekommt ihr dann drei verschiedene Größen von diesen Gummi-Tipps. Allerdings noch zusätzlich bei den 215 bekommt ihr diese Comply-Tipps in drei verschiedenen Größen. Also hier bekommt ihr sechs Tipps. Diese sind dann, muss ich sagen, deutlich weicher, passen sich dem Ohr einfach besser an, ist definitiv die bessere Wahl. So, kommen wir jetzt mal kurz zu den 112. Was sie auch beide gemeinsam haben, ist die Fernbedienung. Was mir hier wirklich sehr gut gefällt, ist, dass die Play-Taste, die allerdings auch nach langem Druck für Start und An- und Aus dient, ein wenig hervorgehoben ist. Dadurch ist sie selbst mit Handschuhen relativ leicht erreichbar und ihr könnt sie wirklich sehr, sehr gut ertasten. Ist auch von der Position sehr gut. Hier unten wäre dann noch unter der Klappe der Micro-USB-Anschluss. Hier hätten wir meiner Meinung nach die Batterie oder den Akku. Und hier könnt ihr das Kabel noch ein wenig verkürzen, wenn ihr es hinterm Nacken habt und es ein wenig zu lang ist. Funktioniert sehr gut. Was ihr dann auch noch zusätzlich bekommt, ist dieser Clip. Mit diesem könnt ihr es dann am Hand befestigen. Habe ich meistens hinten am Kragen befestigt. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, aber hat für mich sehr gut funktioniert. Also die Befestigungsmechanismen an eurem Sohr sind wenig anders, denn die hier sehen eigentlich aus wie normale In-Ears, werden allerdings obenrum um das Ohr befestigt, genauso wie auch die. Das ist eigentlich so Standard bei Shure und machen wir das Ganze doch mal. Was ihr allerdings beachten müsst, ihr müsst relativ nah um euer Ohr drumrum, dann ins Ohr stecken und von oben dann kurz reindrücken. Und das war es dann im Prinzip schon. Wenn ihr das richtig macht, sitzen diese wirklich gut. Allerdings braucht das natürlich eine Eingewöhnungsphase, denn normalerweise seid ihr gewohnt, einfach nur so reinzustecken, was auch besser klappt, wenn ich die linken hätte, was zwar hier funktioniert, aber dann sind sie immer nach einer Weile rausgerutscht. Wobei ich sagen muss, ich habe generell das Problem, aber diese Spitzen hier, also diese Tipps, irgendwas haben sie, dass sie nicht so aus dem Ohr rutschen wie teilweise schlechterqualitative Ohrhörer. Das habe ich so schon gemerkt, aber gerade wenn ihr sie eben richtig rum mit dem richtigen Ohr links einsetzt oder auch rechts, sitzen sie wirklich bombenfest, dann sind sie mir auch nach mehreren Stunden nicht ansatzweise rausgefallen. Natürlich haben die 215 einen Vorteil mit eben diesem flexiblen Teil, das ich jetzt noch nicht mal wirklich gezeigt habe. Wie ihr schon sehen könnt, habt ihr dieses drehbare Teil und um das und das Ohr zu befestigen, habt ihr hier dieses flexible. Das habt ihr bei den 112er nicht und deswegen haben sie vielleicht ein ganz klein wenig sicheren Halt, aber ein bisschen unauffälliger obenrum, weil ihr einfach das nicht habt, aber habt nicht diese leichte Entspannung. Dadurch, dass ihr das habt, spürt ihr dafür auch die In-Ears eigentlich die ganze Zeit, also ähnlich wie zum Beispiel jetzt einen ganz normalen Ear-Plug oder diese Gehörsschutz, spürt ihr sie immer. Das muss ich sagen, haben sie bei den 215er einfach ein kleines bisschen besser gelöst, ist allerdings auch das teurere, bessere Prinzip und das Kabel ist in diesem Fall auch abnehmbar, was bei den 112er nicht der Fall ist. Das ist definitiv auch nochmal ein Vorteil. Also im Prinzip funktionieren die 215er ähnlich. Ihr steckt sie ins Ohr, jetzt muss ich auch gucken, ob ich links und rechts richtig habe, ja das wäre rechts, würde nicht wirklich hinauen, einfach rein. Dann eben, das benötigt gerade am Anfang ein ganz klein wenig Training, müsst ihr sie dann um euer Ohr, steckt sie richtig rein, biegt das dann um und dann muss ich sagen, sitzen sie meiner Meinung nach relativ dezent, fallen nicht wirklich auf, aber gerade durch dieses leichte Entspannen hier, also das Druckabdehnen, spürt ihr sie nach einer Weile gar nicht, also wenn richtig gemacht, was ich jetzt auf die Schnelle nicht gemacht habe, spürt ihr sie gar nicht mehr im Ohr, denn sie wirken ein ganz klein wenig entfedert, entspannt und das ist wirklich sehr gut. Zum Komfort komme ich dann allerdings noch gleich. Die 112er, wie schon gesagt, sehen auch sehr sezent aus, also das ist gut. Gefällt mir, denn ich mag es nicht, wenn man Ohrhörer zu sehr sieht, was hier gut funktioniert, natürlich um den Hals können sie nutzen, die Fernbedienung ist gut erreichbar und durch die Complaintipps sind sie eben noch ein wenig dezenter, also isolieren noch ein wenig besser, aber zur Isolation kommen wir definitiv ausreichend lange noch später. Jetzt würde ich sagen, kommen wir erstmal zum Komfort. Die 112er, sicher, stundenlang und das sogar bei mir, denn normalerweise habe ich das Problem, dass mir jeder Ohrhörer früher oder später einfach rausfällt aus meinem rechten Ohr oder dass ich gerade zum Beispiel, wenn ich diesen Ohrschutz im Ohr habe, dass sie mir zumindest auf dem linken Ohr ein wenig komisch in den Ohrkanal drücken. Das Problem habe ich hier nicht, wobei sie könnten eventuell bei viel Bewegung doch rausfallen, gerade weil ihr eben nichts habt, was ihr wirklich festhält, könnten sie ziehen, aber was ich sagen muss, das ist ein Riesenplus, das habe ich so bei anderen Kopfhörern noch nicht in der Art entdeckt, wobei ich habe nicht allzu viele getestet, wenn ihr diesen Clip zum Beispiel hinten an eurem Kragen befestigt, habt ihr, wie ihr schon sehen könnt, genug Spiel auf beiden Seiten und ich habe diese während der Arbeit tagelang getragen, teilweise sogar ohne Musik einfach im Ohr, weil sie so unauffällig waren, aber eben isolierend und ich konnte wirklich nach oben, nach rechts, nach oben, nach oben habe ich es zwar gesagt, in alle Richtungen gucken, ohne dass mir die Kabel jemals wirklich aufgefallen wären. Es gab keinerlei Zug an den Ohrhörern und das ist etwas, was ich absolut zu schätzen weiß, denn dadurch hatte ich nie wirklich die Angst, dass sie mir aus dem Ohr fallen. Bei den 215ern und überhaupt nicht, bei den 112ern ein wenig mehr und abgesehen davon, dass man sie eben ein wenig spürt, was bei den 215ern einfach ein wenig geringer ist und deswegen muss ich einfach sagen, komfortmäßig, auch nach Stunden waren die 112er gut, wobei nach ein paar Stunden habe ich dann gemerkt, dass, gerade wenn ich meine Ohren berühre, das ist ein ganz klein wenig wund wirkte, wenn ich sie rausnahm, ist das nach ein paar Minuten sofort wieder weg. Bei den 215ern muss ich allerdings sagen, wenn ihr die richtig positioniert habt, wenn ihr euch mal eben kurz daran gewöhnt habt, denn das ist anfangs, zumindest die, die es noch nicht genutzt haben, ein wenig neu, bemerkt ihr sie absolut gar nicht. Was ich dann allerdings merkte, schon nach teilweise einer Stunde oder zwei, wenn ich meine Ohren berühre, fühlen die sich wund an, aber nur solange ich sie berühre. Also solange ich meine Ohren nicht anfasse, spüre ich sie gar nicht, ich nehme sie eigentlich schon gar nicht mehr wahr. Allerdings, jetzt kommen wir zum neues Isolieren oder Geräusch isolierenden Part. Was für einen Unterschied macht das im Vergleich zu Noise Cancelling? Und deswegen muss ich jetzt einfach ein bisschen länger ausholen und Noise Cancelling erstmal erklären. Noise Cancelling funktioniert so, ihr habt mindestens mal ein, aber meistens mehrere Mikrofone in eurem Kopfhörer oder Ohrhörer und dieser filtert dann eben oder praktisch nimmt die Geräuschkulisse von außen auf und spielt dann genau eben Antischall, um das auszugrenzen. Und das funktioniert dann im Prinzip so, ihr seid in einem lauten Raum mit vielen Maschinen, ihr hört vor allem Maschinen nicht mehr, die werden dann wirklich sehr gut heutzutage abgeschirmt, aber was eben die Technik meiner Meinung nach einfach dadurch, dass sie limitiert ist, in dem Bereich nicht so wirklich gut ausfiltern kann, sind Geräusche und eben Leute, die reden. Also laute Geräuschmassen, das krummen selbst ja, aber einzelne Dialoge nicht und da haben sich jetzt zum Beispiel teilweise schon Leute bei mir in so Tests beschwert, dass sie Leute immer noch hören können. Kann man einfach aufgrund der Technik nicht wirklich verhindern, es wird zwar gedämpft, aber es ist nicht das Gleiche. Hört sich allerdings dafür meiner Meinung nach ein wenig natürlicher an, denn was Noise Isolating macht oder eben geräuschisolierend ist, es nimmt einfach die Lautstärke und senkt sie runter, in diesem Fall angegeben mit 37 dB und das ist definitiv schon mal ordentlich, denn es macht deutlich mehr aus wie sowas und eben auch bequemer. Wobei ich sagen muss, es wirkt eben nicht ganz so natürlich, denn es wirkt einfach so, als ob ihr einen wirklich fetten Helm auf euch habt und ihr seid einfach eben abisoliert von der Außenwelt, denn bei dem Noise Cancelling, dadurch, dass ihr eben die Höhen immer noch hört, fühlt sich alles natürlich an einfach, es wirkt, als ob ihr in einem Raum wärt mit sehr, sehr vielen Maschinen, sehr, sehr vielen Leuten und diese dann einfach rausgenommen werden. Gerade bei Stimmen vielleicht nicht so sehr, aber gerade diese Maschinen, das ist dann weg. Die Maschinen und so weiter sind eben bei Noise Isolierend auch weg. Die Stimmen dann auch sehr, sehr stark, aber sie sind eben abgedumpft. Das heißt, also gerade tiefere Geräusche hört ihr nicht mehr, aber Stimmen. Und das ist so bei mir bei der Arbeit wenigstens das Problem, wenn ich sie drin hatte, konnte ich Leute deutlich schwerer verstehen. Es ging zwar immer noch, aber sie waren sehr, sehr dumpf, das war es mir allerdings wert, denn dafür ist eben das Laute aus der Fabrik weg oder so weiter. Und das finde ich wiederum praktisch. Ihr müsst euch aber eben daran gewöhnen, dass ihr euch einfach ein wenig abgekapselter fühlt, alles sehr, sehr dumpf klingt. Aber, wenn ihr eben Noise Isolierend wollt, dann funktioniert das meiner Meinung nach effektiver, da es eben alle Frequenzen wegnimmt. Noise Cancelling wirkt dann wenig natürlicher, funktioniert eigentlich bei beiden fast gleich gut, bei den 215 war es noch ein bisschen besser. Da wirkt es einfach aufgrund dessen, dass die Kopfhörer nicht ganz so tief drin sitzen, nicht ganz so schlimm. So. Ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Klang. Sollte zeitlich ungefähr hinaus, wobei ich nicht weiß, was ich da so lange geredet habe im Englischen. Also, ganz grob, was ja beide versuchen, das ist auch auf der Packung so angegeben, erweiterter Bass oder eben mehr Bass. Also sie sind definitiv basslastig, sogar sehr stark. Und deswegen grob mal beschrieben, die 112er, stark angehobener Bass. Der Rest bleibt dann eigentlich so. Also die Höhen hätten sie meiner Meinung nach noch ein wenig mehr anheben können. Das haben sie allerdings bei den 215ern. Was sie bei den 215ern allerdings auch gemacht haben, Bass angehoben, allerdings schon so stark in die Mitten blutend, dass es doch ein wenig störend war. Das ist bei den 112ern nicht ganz so extrem. In den Mitten, da verlängst der Bass ein ganz klein wenig mehr, aber sie haben das wirklich gut ausbalanciert, dadurch, dass sie die Höhen noch ein wenig angehoben haben. Wenn wir jetzt zu den 112ern kommen, ganz grob nochmal beschrieben, also Bass angehoben und ich denke mal, jeder, der eigentlich Musik mag, eben Basslastiger, eben gerade bei Bluetooth-Kopfhörern ist das ja sowieso der Fall, der wird sie definitiv mögen. Ich muss allerdings auch sagen, mir haben ein wenig Höhen gefehlt und ich mag sie eher ein wenig, ich will nicht sagen audiophiler, aber ein wenig neutraler. Aber das ist eben der Riesenvorteil bei beiden dieser Kopfhörer. Ihr habt das Potenzial dazu. Also wenn ihr das haben wollt, könnt ihr das. Und deswegen ist das auch der Grund, wie soll ich bei so vielen Bluetooth-Kopfhörern immer bemängeln? Ja, zu viel Bass, nicht genug Höhen und dann sagen wir, die Leute einfach mit dem Equalizer anpassen, aber die haben meistens nicht das Potenzial dazu. Nehmt ihr den Bass raus, dann stimmt einfach die Balance nicht mehr, addiert ihr Höhen dazu, klingt das einfach nicht mehr harmonisch. Wenn ihr das richtig macht, bei den 112ern und auch bei den 215ern, dann klingt die Sache deutlich natürlicher, denn die Treiber selbst, klangqualitativ, können das absolut hinbringen. Sie wollten es einfach abwerten, und das ist okay, das ist Entscheidungssache und ich muss auch sagen, wenn ich unterwegs bin, ist mir ein wenig Basslastiger lieber, wobei ich dann aber sagen muss, bei den 112ern, war mir die ganze Sache eben, gerade bei Frauenstimmen oder bei eben ein wenig gehaltfalleren Musik ein bisschen zu dumpf. Dann hat mir da einfach die Dynamik, die Brillanz ein wenig gefehlt, das kann man da zwar nachträglich addieren, und um das auch mal versuchen zu erklären, wie im Englischen, ihr müsstet, um sie neutral hinzubekommen, den Bass rausnehmen, aber eigentlich nur den Bass, nicht so sehr die Mitten, aber auch noch deutlich Höhen dazu. Also das wäre dann in etwa so. Ich hoffe mal, das stimmt jetzt videotechnisch auch von der Richtung, also ihr versteht mich, Bass raus und Höhen rein. Bei den 215ern sieht die Sache ein bisschen anders aus, da müsstet ihr eigentlich nur den Bass rausnehmen und ein wenig Mitten, denn die Höhen passen soweit. Je nachdem, also das ist so grob meine Anzeige. Ich würde sagen, also gerade um den Bass ein wenig erträglicher zu machen, mindestens mal 2, 3 dB, das ist allerdings auch eben nur für Leute, die es neutral haben wollen. Wer den Punch haben will, der wird hier definitiv mit Sicherheit zufriedengestellt, denn der Bass selbst, kommen wir zu dem, ist warm. Die ganze Klangcharakteristik allerdings aufgrund der Soundstage, da sie geschlossen sind und da ihr ja sowieso schon abisoliert seid, ist relativ klein. Also erwartet keine große Soundstage. Sie wirkt schon ein wenig klaustrophobisch am Anfang und eben sehr, sehr dunkel, aber dafür ein wenig auf der wärmeren Seite. Also gerade vom Bass aus. Der Bass selbst ist allerdings noch, würde ich sagen, relativ trocken und spielt wirklich schön, ist das schön punchig. Also er wirkt zwar teilweise boomig, gerade bei den 112ern ein wenig mehr, aber noch auf angenehme Art. Also ich mag den Bass, er ist mir einfach nicht zu heftig und gerade bei den 215ern geht mir das einfach doch ein bisschen zu sehr in die Mitten, was dann einfach zu dick wirkt. Das habt ihr so bei den 112ern gerade nicht so im Mittenbereich zu dick, aber allgemein einfach dadurch, dass die Höhen fehlen, wirkt das ein wenig unausbalanciert. Also ab Werk, wenn ich eine Signatur mir aussuchen würde, wären es die 215er, einfach weil da noch ein wenig mehr Höhen da sind und der Klang einfach nochmal ein bisschen besser. Also der Bass ist ein bisschen präziser, noch ein bisschen punchiger, ein bisschen detaillierter, wobei es jetzt auch nicht so viel ausmacht. Aber elektronische Musik, Dubstep, Trap und so weiter werdet ihr absolut genießen, denn ihr bekommt diesen wirklich satten, vollen Bass mit einer schönen, vollen Soundstage, die allerdings eben kleiner ist und das werdet ihr genießen. Sobald wir dann allerdings eher in das Territorium gehen, wenn es um Musik geht, die ein wenig eben klangvoller ist, also Balladen, klassische Musik und auch viele mit viel Gesang, da wirken sie mir zumindest die 112er doch ein bisschen zu dumpf. Das müsst ihr definitiv anpassen. Die 215er machen das einfach deutlich besser, indem sie einfach noch ein wenig Höhen dazu addieren, aber für die meisten, die Mainstream mögen, wird das definitiv zufriedengestellt. So, jetzt habe ich keine Ahnung, was ich da noch vier Minuten geredet habe, aber ich habe definitiv noch ein paar Sachen zu sagen, das wäre Preis-Leistungs-Verhältnis und ob ich sie empfehlen kann. Also eigentlich denke ich mal Ja für beide, wobei ich das eben schwerer beurteilen kann, einfach weil ich noch nicht viele Inears getestet habe. 99 Euro für die 112er klingt eigentlich passend, denn ihr habt ja einfach bei beiden diesen Hauptaspekt, dass sie neues isolierend sind, was die meisten nicht definitiv bei weitem so sind. Also wenn ihr starke Abschettung haben wollt, dann werdet ihr das hier bekommen, was ich bei den meisten so nicht gesehen habe, mit einem hochqualitativen Klang, wenn auch mit einer sehr, sehr mainstreamigen Abstimmung. Akkulaufzeiten waren dann wie folgt. Acht Stunden sind angegeben, ich bekam bei beiden mit relativ viel Lautstärke sechs Stunden. Ich hätte gern acht Stunden solide gehabt, aber das passt. Von der Lautstärke allerdings muss ich sagen, bin ich sehr, sehr positiv angetan. Denn normalerweise habe ich das Problem gerade bei Kopfhörern, bei Bluetooth-Kopfhörern, dass diese nicht laut genug spielen. Hier lag ich bei beiden in etwa so bei 75 bei meinem Limit. Also wirklich drüber musste ich nie gehen. Und ich höre extrem laut. Glaubt mir das, extrem laut. Also ich habe hier mehr als genug Reserven. Und ich würde sogar sagen, im Vergleich zu den meisten Bluetooth-Kopfhörern, seid ihr hier locker mal 30, wenn nicht 35 Prozent besser bedient von der Lautstärke. Also das sollte kein Problem sein. Akkulaufzeiten. Bedienung finde ich relativ gut mit den Tasten, auch mit dem Clip. Komfortabel sind sie beide auch. Und deswegen muss ich einfach sagen, ich glaube ich definitiv, wenn ich mich entscheiden müsste, glaube ich nicht, so weiß ich, würde mich für die 215 entscheiden. Einfach aus dem Grund, da mir das vom Komfort her einfach deutlich besser gefällt, das Prinzip. Denn wenn ihr sie mal richtig aufgesetzt habt, sitzen sie besser, die Complaintipps sind besser, ihr habt ja ein wenig Entspannung, sie sind bequemer auf Dauer, sie sind ausbalancierter, klingen klanglich noch ein bisschen besser. Okay, 40 Euro mehr, aber ich denke mal, das alles in allem ist es wert. Denn ihr könnt das Kabel austauschen, klanglich muss es einfach wert sein. Ich weiß allerdings jetzt nicht, wie sie sich zum Beispiel gegen J-Birds schlagen oder andere, da ich die einfach noch testen müsste. Keine Ahnung, kann ich so nicht sagen. Aber Preis-Leistungs-Verhältnis hört sich gut an, meiner Meinung nach. Denn qualitativ hochwertiger Treiber, den ihr anpassen könnt, die Complaintipps sind auch nicht wirklich billig, müsst ihr meistens dazukaufen, also auch noch dazurechnen. Also Preis-Leistungs-Möglich-Technisch sind sie beide gut. Ich überlege einfach nur bei den 112ern, ob ich die so problemlos empfehlen kann, denn ich würde dann einfach direkt schon zu den 215ern greifen. Bei den 112ern persönlich hat mir nicht ganz so gut gefallen, dass ihr eben nicht dieses flexible Teil habt zum Entspannen, denn das wäre einfach nochmal deutlich sicherer vom Halt und auch ein wenig einfacher einzusetzen, denn mit diesem Prinzip hatte ich teilweise das Problem, dass ich, wenn ich sie ums Ohr binden wollte, dann schon ein wenig abgerutscht bin. Aber das ist eher Gewöhnungssache. Aber das war es soweit dazu. Was ich jetzt noch gern von euch wüsste, ist, wenn ihr Ineos benutzt, sind diese dann immer Bluetooth oder was bevorzugt ihr hier? Und das mit dem Neues isolieren, das ist eine Sache, was ich sehr gerne wüsste. Mögt ihr das? Denn es ist definitiv nicht für jedermann. Also Neues Canceling klingt natürlicher, aber das ist eben deutlich effektiver. Lasst mich von daher wissen, was ihr in Zukunft vielleicht noch eher sehen wollt und dann werde ich mir das auch noch ansehen oder euch sagen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ja, fast 17 Minuten noch wieder. Ich habe es geschafft. Ich ziehe das immer so. Okay, also bis zum nächsten Mal. Ciao.